Es brennt. Ein Hacker ist in ein sicherheitsrelevantes Computersystem eingedrungen und droht dieses zu sabotieren. Sofort rückt die Cyberwehr aus. Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, so stellen sich Bundesinnenminister und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, das vor. Die Mitglieder der Cyberwehr, freiwillige IT-Experten aus deutschen Unternehmen, die unentgeltlich alle stehen und liegen lassen, um das Land zu retten. Schon der Name Cyberwehr sorgt im Netz für Erheiterung. Für eine Cyberwehr bräuchten wir dann auch Cyberman. Und wenn ich groß bin, dann werde ich Cyberwehrmann. Jawohl, ich werde Cyberwehrmann. Cyberwehr. Wir dienen freiwillig. Und genau das ist das Problem, sagt Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Welcher hochbezahlte IT-Fachmann macht sowas schon freiwillig? Das BSI wolle die Cyberwehr hauptsächlich gründen, um Geld zu sparen. Immer dann, wenn es interessant wird, beauftragt das BSI Externe. Und ist einfach nicht in der Lage, die Gehälter, die diese Externen bezahlen, als Bundesbehörde auch den Mitarbeitern zu bieten. Deswegen versucht das BSI jetzt durch diese freiwillige Selbstverpflichtung, Menschen in seine Dienste zu ziehen. Und es ist natürlich zunächst einmal primär ein absolutes Armutszeugnis über den Zustand dieser Behörde. Der Hacker glaubt deshalb, nur Anfänger werden sich freiwillig für die Cyberwehr melden.